Hey Leute, was geht? Heute um vier fängt ja der Battlefield 6-Reveal an und da werde ich einen kleinen Livestream dazu machen. Ich werde vielleicht am Anfang ein paar Runden Battlefield spielen, während man warten muss und dann, wenn der Reveal tatsächlich anfängt, werde ich da drauf ein bisschen reacten und ein bisschen was kommentieren vielleicht. Also, wenn ihr Bock habt, schaut gerne auf twitch.tv-stash-bandmit13 vorbei. Ich hoffe, ich sehe euch dann und bis zum nächsten Mal.